Mahlzeit ihr Lieben ja ich habe immer wieder die Nacht für euch um die Ohren geschlagen hier bei 7 days to die ne ganz im Ernst es war eine ziemlich ruhige langweilige und vor allem sinnlose Nacht ich hab wirklich gar nichts gemacht kein bisschen nur ne Kerze hab ich gemacht ja wie auch hier über die Tür aufgehängt wir sind jetzt halt so und ich hab mal angeguckt wir haben Skillpunkte tatsächlich ich weiß nicht wie wir die verdient haben aber wir haben sie verdient und ich wollte das nicht ohne euch kaufen aber ich würde ganz gerne schneller fertigen können wenn das für euch in Ordnung ist gut schön dass ihr damit alle einverstanden seid jetzt werden unsere Sachen noch schneller fertig jetzt warten wir einfach nur noch 10 Sekunden auf den neuen Tag auch wenn bisher kein einziger Zombie in der Nähe war ich hab kein Geräusch gehört gar nichts wir scheinen heute ziemlich gut hervorgekommen zu sein wenn ich an die letzten Male denke dann packen wir mal eben die Sachen wieder weg die wir nicht brauchen wenn ihr das wollt mit dem Kühlschrank reinpacken wenn ihr das wollt mit dem Kühlschrank reinpacken aber ich war einfach zu faul was bringt das Papier eigentlich Papier kann mit anderen Zutaten verwendet werden um Flint-Munition, Donnerbox-Munition, TNT und mehr zu fertigen ok davon habe ich noch nicht viel gemerkt aber die nehmen wir mit und packen aber die Bohnen rein oder die Erbsen oh da brauchen wir einiges für und dann können wir mit dem Kühlschrank Ja, was machen wir heute? Jetzt sind hier los ein paar Sachen, die ich ganz gerne noch haben möchte. Wir brauchen einen Elsen. Also würde ich sagen, geht's hier oben weiter. Wir müssen uns aber auch weiterentwickeln, das geht ja so nicht. Wir kommen in der Eisenzeit, die Bronze lassen wir jetzt einfach mal aus. Und dann können wir ja vielleicht die Tage mal irgendwie zum Trailer hin. Wir haben ja bereits einen auf der Karte gefunden. Und dann mal schauen, was der so im Angebot hat. Momentan fühle ich mich hier so ziemlich wohl in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe das auf meinem anderen Account jetzt ein paar Mal wieder neu angefangen, weil jetzt habe ich natürlich hier während des Let's Plays einige Sachen ausgefunden. Und Gott, bin ich auf meinem anderen Account so schlecht gewesen. Was glaubt ihr nicht? Also ich muss sagen, wir haben ja echt Glück mit dieser Map. Auch wenn hier der doofe Bär war. Na gut. Ist jetzt nun mal passiert. Warum? Hier ist eine zu... Warum hält sich jetzt Google? Oh, jetzt sind wir zwei Stunden extra. Ist ja nicht so schlimm. Dann brauchen wir uns doch hier keine mehr machen. Ich habe eigentlich auf Verwerten gedrückt. Naja. Passiert. Da wird sich auch kein Weltunterkommen. Ich glaube, wir sollten mal eine kleine Pause einlegen. Äh. Puh. Und weiter. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade das Spannendste. Aber, mein Gott, wir müssen sammeln. Wir brauchen das Material. Ich verspreche euch auch. In den nächsten Folgen wird es interessanter. Großes Indianer Ehrenwort. Ja gut. Häuplingssterbende Katze sagt. Da werden wir das dann machen. Da machen wir schon wieder ein kleines Päuschen. Na komm. Dann schnabulieren wir mal hier eben was. Aber jetzt fühlt er sich auch wieder viel besser. So, ich glaube so langsam haben wir den Bogen raus, wie das funktioniert. So, die spitze hier noch weg. Das macht gar nichts. Wir haben hier noch unsere andere. Die ist ja nicht ganz so scharf. Aber die klappt trotzdem ganz schön ordentlich. So. Wir könnten auch wieder ein paar Kakteen sammeln. Das könnten wir durchaus tun. Die Früchte bringen zwar ein bisschen was, aber die haben wir ja auch nicht unbegrenzt. Weil ich trau den Frieden nie so ganz. Ich habe in einer Folge schon den Fehler gemacht. Ich habe ja mit euch zusammen den Sonnenuntergang angeschaut. Ich habe es ja nicht. Und dann habe ich es ja nicht so gut gemacht. Ich habe es ja nicht so gut gemacht. Ich habe es ja nicht so gut gemacht. Oh. Ich traue den Frieden nicht so ganz. Große Zombie-Wanderung. Meis, 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 Baumwolle. Aber wie gut, dass wir gerade nicht zuhause sind. Läuft einfach so eine Herde lang. Na, wenn die meinen, dass es sein muss. Ne, ich lass mich davon nicht stören. So, Baumwolle kann man auch nicht genug haben. Dann kommt irgendwie noch immer so eine Tanne hier weg. Für den Tannebaum zu Weihnachten ist er noch ein bisschen hin. Aber was für Arme haben wir schon mal. Oh, so ein großer Baum. Die Herde müsste jetzt eigentlich auch schon wieder am vorbei sein. Hoffe ich. Falls die da oben nicht picknicken. Oh, ein Hirsch. Wollen wir doch mal unsere Jagdkünstler ausprobieren. Die haben wir erwischt. Äh, ist niedrig. Warum haut ihr immer mehr ab? Wir sollen mal wieder zu uns kommen. Dann haben wir wohl so ein bisschen so posten. Ja. Die hat das etwa schon mal gehört. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 jetzt geht es dir gut halt doch mal stehen du das Mistvieh gibt es doch nicht blödes Misting ey hey und Zeit das jetzt mal erwischen kann es taunen spät Oh Wir müssen es jetzt nur noch unbeschallt nach Hause schaffen Aber ich denke, das kriegen wir hin Haben wir da schon reingeguckt? Nö Ah Die Leute verstecken anscheinend gerne was in Baumstümpfen Ach, schau mal da, guck Davor ist auch schon die Versorgungskiste Und ein anderes Haus Oh Also tankt man heute So Verwerten Reparieren Ich hoffe jetzt mal, dass kein Zombie kommt Ja, die Folge ist jetzt ein bisschen zu lang Ich weiß Wir haben aber gesagt so 15-20 Minuten Also von daher passt das noch Ich will jetzt einfach nur diese Gelegenheit nutzen Und tanken Die Spritpreise sind gerade sehr günstig Die Spritpreise sind gerade sehr günstig Ja Schön zu Hause zu sein Ja, ich würde sagen, damit hätten wir alles getan, was wir tun müssen Und ich würde sagen Wir sehen uns nächste Folge Bis dann, tschüss 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 Vielen Dank.